So, haben wir das. Oh, Gott sei Dank. So. Perilous Pierce. Run and Gun. Das ist das jetzt schon wieder. Ich würde sagen, das ist der letzte Level dann. Das versuchen wir noch, wenn wir das schaffen und dann... Dann ist Schluss mit Cuphead für heute. Fliegende Fische. Okay, warum nicht? Okay, das ist irgendwie... Bis jetzt ist noch relativ easy. Sprach er und starb er. Äh. Okay. Döööööö. Nein. Äh. Das ist ja auch. So. Ja. Dadadadadadadadadum. Ah. 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 Hier geht's! Oh! So, tschau und tschau und tschau! Löder Ide weg! Nein! Nein, nein, nein! So! Tschau und weg! Oh Gott! Ich mag die Musik von Cuphead. Das muss man im Spiel echt lassen. Das hat echt einen geilen Soundtrack. Also der Soundtrack ist einfach sensationell. Das muss man dem Spiel einfach komplett lassen. Ja, ich hab den Igel vergessen. So. Ah ja, das hat ja gut geklappt. Ich dachte, ich komm da trotzdem... Ich kann da nochmal drauf, aber... Ich war die ganze Zeit im Wasser und wurde nach oben katapultiert und konnte ich das Ding jetzt nicht benutzen. Ja, gut zu wissen! Oh. Ich konnte da drauf. Kurz abschießen. Das ist gut zu wissen. So. Zack. Es gibt leider keine Punkte dafür, wenn man Gegner abknallt. Aber es reicht mir auch so, dass ich da durchkomme. Ich muss nicht unbedingt hier... Ja. Manchmal, ne, frage ich mich schon... ...was ich geraucht habe. ... 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 Ja, es reicht wirklich, weil ich bin gleich tot. Ja, komm, kill mich. Ach, so geht das dann. Ja, okay, ich hab's gecheckt. Jetzt hab ich's gecheckt, wie ich an die Münze komme, ohne Leben zu verlieren. Das muss man bloß noch schaffen. Das ist, glaub ich, das Schwierigere. So. Ach, Mann. Das war mega dämlich. Tschau. So, so kommt man nämlich dran. Das hab ich jetzt erwischt. Ich will mir den Hummer platt machen. Danke. So, wie geht das jetzt? Ach, komm. Der spart ja wieder. Hätte ich mir fast denken können. Nach dem Level ist definitiv Schluss mit, äh, mit Cuphead. Dann spielen wir was anderes. Zack. So, tschau. Nein. Ach, komm jetzt. Okay. Na, bis zur Hälfte haben wir's ja schon mal geschafft, das Level. Das ist ja schon mal was. Jetzt müssen wir's bloß noch ganz durchschaffen. Aber das kriegen wir hin. Ich bin zuversichtlich. So. Ist doch mega unrealistisch. Fliegende Fische, äh, Fische fliegen nicht so durch die Luft. Die können nicht viel, äh, äh, fliegen wie Vögel. Ist total unrealistisch, das Spiel. Darum verliere ich auch die ganze Zeit. Weil's nicht realistisch genug ist. Ahem. Was? Da war er zu greedy. Ja. Das ist leider wahr. Nein! So. Wo ist der Ding dong? Komm her. Nein! Da war der Seestern, den hab ich nicht gesehen. Ich mag den Hummer, der hat voll den Flow. Ich hasse den Hummer. Der Hummer ist lästig, hoch 10. So ein absolutes, äh, Trollviech. Ja, geil, das hat gut geklappt. Ja, geil, das hat gut geklappt. Glück gehabt. So, jetzt den Hummerblatt machen, da krieg ich nämlich mein Münzchen. Herr. Irr. So, ciao. Gott sei Dank. Nein, nur, yeah! Ach, komm! Da! No, der Flowhammer! Ah, da ist er wieder. Äh, Hummer, nicht Hammer. Oh Gott, bitte langsam die Hand weh. Boah, das ist echt anstrengend. Ah. So, das ist so mega anstrengend, dieses Spiel. Tschau. So, tschau. Oh, da komm ich ja weit, diesmal. Nein! So, das ist wieder Kopurus, äh. Ja. Das ist wieder. Nein! Oh, ich hasse das. Das ist so, äh. Ich kann das gar nicht beschreiben, wie ich mich hier gerade fühle. Das ist so lästig. Ja, genau. Klar, logisch. Blöder Hummer. So. Meister Hummer, stirb. Dankeschön. Meister Hummer ist Geschichte. Ah ja. WhatsApp. Oh. Ah ja. Oh. 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 Das gibt es nicht, das ist nicht wahr. Jetzt kam ich mega aus dem Konzept, weil ich nicht damit gerechnet habe, wie es da weitergeht. Ach komm. Bringt nix mehr. Wenn sich schon gleich in den ersten 5 Sekunden so dämlich anstellt, dann ist echt bescheuert. Also dann ist halt ohne mehr zu helfen. Okay. Sag mal. Sag mal. Ach komm, ich dachte, es geht mir ducken. Hallo? Sag mal. Sag mal. Sag mal. Komm schon, jetzt sterbt endlich Lass mir in Ruhe Zack Geil Da kommen wir schon mal ganz gut durch Oh, Gott sei Dank Glück habt So, Meister Hummer kommt wieder Ciao Verzieh dich Ich check das hier nicht an der Stelle Ah, das ist toll So, toll Ein Leben wieder bloß Ja Weil ich deb an der Stelle daschen Ich kann nur einmal in der Luft daschen Weil ich denke, ich muss da daschen, dass ich da drauf komme Aber muss ich nicht Wenn du einmal gedasht hast, dann kannst du nicht mehr daschen Dann ist das rum So, ich will die Münze da oben haben Ohne die Münze gehe ich nicht Ohne fünf Münzen in den Leveln werde ich diese Nicht abschließen Wenigstens das möchte ich mir bewahren So, geil Ah ja Wenigstens habe ich diesmal noch zwei Leben Das ist schon mal was So, jetzt darf ich nicht den gleichen Fehler nochmal machen Daschen Daschen Springen Daschen Daschen Äh, was? Was? Ach der Oh Gott Das ist fies Aber das wird Das wird Spaß Ich weiß, was ich da machen muss Aber da habe ich gerade nicht geschalten Oh, das wird ein Ried Das wird, das wird ein Fest Mir tut die Hand weh Ich jammer jetzt einfach die ganze Zeit Willkommen beim Jammer-Stream Toll Ah ja, ich muss übrigens gar nicht zurück Ich kann hier rechts auch weiter Nur mal so Für alle, die dachten Ich muss dann nach rechts Äh, nach links dann wieder Nö, muss ich nicht Mach das Ganze ein bisschen einfacher Gott, ich stelle mich manchmal auch dämlich an So, jetzt wird's lustig Oh Gott Achso Was? 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 Hä? Wie soll das denn gehen? Muss ich da links dann auf die Plattform drauf? Also kann ich auf den links drauf dann? Hä? Ja gut Ich dachte, ich muss dann da Ähm Ich dachte, ich muss da permanent springen Die ganze Zeit Bis ich halt auf der anderen Seite bin Aber offensichtlich ja nicht Das muss man da offensichtlich ein bisschen anders machen Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet Ich dachte, ich muss permanent an diesem Diamanten mich dann Äh, äh, da hin und her springen Damit das funktioniert So So Gevatter Humme Purus, äh, Liebling hier So, ciao Ui Natürlich spring ich Doldi Da rein Ist klar Zack 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 Ach, ich muss dem damit sagen Wann er schießen soll Okay, verstanden Äh, okay Check Das ist nicht wahr Ja, jetzt weiß ich das Ich muss das Das Lillen Dingens muss ich machen Damit er rechts dann die Sachen wegschießt Wenn er aber dann, ähm Dagegen crashen würde Fängt er an drunter zu tauchen Wenn ich's vergesse Dann ist er praktisch, äh, äh, weg Okay Check Verstanden So Oh, Gott sei Dank Geschafft Ach, komm Manchmal ist der aber auch, äh, vom Springen her dämlich Das muss man ganz offen und ehrlich kommunizieren Hau Ja Hervorragend Ein Leben nur noch Ah, das wird ja super So Ja Hervorragend Wenn es so weiter geht, spielen wir heute nix anderes mehr Nein Genau auf den Laufgesprung Schön Mist Mist Ich dachte, ich komm da Ah, toll Das kann ich eigentlich schon wieder vergessen Ja Toll Das war dämlich Wir sind auf Lalalalalala Gut Ich soll's vielleicht mal mit mehr Konzentration probieren Und mit weniger Unfug Das wär Eine echte Alternative Das würde vielleicht auch ein bisschen helfen So Die Seesterne hier kriegen wir hin Ja Ich hasse diesen Hummel Aber ich weiß schon, warum Kopuro den mag Der ist absolut fies und hinterhältig Drum magst du den auch Gut Toll Toll Ja Ja, geschafft Yes Ja Oh, Gott sei Dank Oh, tut mir die Hand weh Ah Gott sei Dank Eine B- Da bin ich voll ganz einverstanden Gold Coins 5 und 5 Finde ich gut Ah Yeah Nice Ja, danke Kopuro Ah, Gott Ah Aua, aua, aua Sagt der Bauer So Ja Ja Damit haben wir dann Cuphead Drei Level heute wieder geschafft So Jetzt muss ich aber echt Eine Pause machen mit Cuphead Weil das ist echt so Ah Mir tut echt die Hand weh Weil ich immer den Controller so verkrampft halten muss Dann Das ist echt ätzend Naja Okay Ha Gucken wir mal von der Seite an Da ist ein ganz fieses Grinsen Dann vorne geht Und von seitlich Da ist so ein mieses Grinsen drauf So Naja Okay So Ich werde jetzt aber schlafen gehen Gute Nacht Hepi Alles klar Kopuro So Für YouTube ist dann hier an der Stelle mit Cuphead Mit Cuphead wieder der Cut Das heißt ich sage Vielen lieben Dank fürs Zuschauen Danke fürs dabei sein Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder Und dann gucken wir mal Wir haben das Mausoleum freigeschaltet Das machen wir dann wieder Und mal schauen was uns sonst noch für tolle Gegner Hier über den Weg laufen Ich bin gespannt So Danke fürs Zuschauen Danke fürs dabei sein Und bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Juda Tschüss 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 Gute Tschüss Tschüss Pie